Musik Das was ihr gerade gesehen habt, war mein neues Intro. Wie ihr es findet, schreibt es entweder in die Kommentare oder stimmt oben links ab. Hallo Leute, lange hat es gedauert, aber jetzt ist es wieder so weit. Es kommt ein neues Video. Ich hatte irgendwie in letzter Zeit keine Ideen zu einem neuen Video und um ehrlich zu sein auch nicht wirklich viel Lust. Ist aber jetzt egal. Viel Spaß mit diesem Video. Zum Anfang, schaut gerne bei den Jungs hier vorbei. Die machen echt geilen Content und es lohnt sich bei denen vorbeizuschauen. So, jetzt geht es aber wirklich los mit dem Video. In diesem Video geht es um eine neue und kleinere Lego Technik Pistole. So, hier sieht man jetzt die Pistole aufgebaut und wie man sie benutzt. Hier kann man sehen, dass man die Pistole aufklappen kann und mit dem schwarzen Regler an der Seite oder mit diesem anderen Teil, nachladen kann, wo ich jetzt mit dem Finger drauf bin. Hier kann man von hinten halt, das ist der Abzug. Hier kann man sehen, wo auch nicht mit dem Finger drauf bin. Ich habe mit dem Finger drauf bin. Hier kann man sehen, wenn mir jemand in der Seite noch einfacher. Und wie man sie auch mit dem Finger drauf ist. Hier kann man sehen, dass man jetzt mit dem Finger drauf bin. Hier kann man sehen, dass man sie gut drauf hat. Umig immer wieder zu tun. Hier kommt das Lego-Teil rein, damit man schießen kann. Vergesst nicht beim Intro zu bewerten und schaut auch bei den zwei hier oben vorbei. Wenn ihr eine Bauanleitung zu dieser Pistole wollt, schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.